eine ganze scheisse noch einmal da fahren aber diesmal nicht freunde bleibt man wieder an diesen dünnen dingen hängen das nervt mich jetzt sie hat überhaupt nicht mehr aufzufahren so ich hoffe das war mal der erste wie kann man den verfehlen das ist doch unmöglich es soll noch immer aber jetzt warum nicht gleich so aber trotzdem die Leute hatten einen oh, wenn wir nur 20 Jahre vorher kennengelernt vielleicht wäre ich nicht in diesem Scheiß ja, du und ich beide schau, es ist ein Schmerz, ich weiß aber könnt ihr jetzt nach dem Studio kommen ich habe etwas, das ich euch zeigen ich werde dir zeigen jetzt also wieder zum Studio oder was kriege ich da keinen Wegpunkt diesmal ach, ist nichts da vielleicht dauert das noch ach so das muss ich bestätigen ja, natürlich, ich werde gleich über scheisse ok, dann bin ich eher am richtigen Weg passt einen Scheißweg da genommen aber jetzt ist mir das auch wurscht ich fahre da mal von dieser Scheißautobahn runter weil die ist nämlich immer sehr kontraproduktiv wie man es sieht wie man es sieht ich weiß doch nicht fahre ich schickt mich der im Kreis bam tschüss sauer weil ich da so rumfehl wenn ich rumfehl wäre ich sauer der nächste mal schauen dass der Michael mit seinem Schrottplatz ein Geld verdient ein paar Autos verschrotten ne, das würde ich sagen so 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 trotzdem bin ich jetzt schon gespannt wie die Story weiter geht weil ich glaube dass ja auch mit dem Solomon das ist ja auch wieder mehr so so neben hat er mehr so Nebenmissionscharakter grüß dich wo wo will denn der dass ich hinfahre der der Punkt muss woanders sein ja schleicht's euch da ah ah lepperte Rumsteherei jetzt habe ich die Bullen am Knack dieser Idiot wieder mitten im Weg rumsteht da fahrt wieder genau drauf zu obwohl ich schon rüberlenke da fahrt wieder genau drauf zu die scheiß Bullerei da am Knack kann da nirgends da mal kurz auch nur raus für einen Augenblick so zwei Sterne haben wir schon aber jetzt kann ich es vielleicht auch auf der Autobahn abhängen sie haben wir schon wieder wie das geht hätte ich ganz gern wissen Okay. Schleicht's euch doch da, bitte. So. Mein Gott, na. Ist das mühsam. So, fahren wir wieder hin. Heute machen wir die Anfahrt einer Mission. Man nehme es sich dazu 25 Stunden Zeit, weil die braucht man, ja. Diese scheiß Karre da mal loswerden, weil ich komme mit dem Auto überhaupt nicht klar. Nein, jetzt sage ich, es kommt schon wieder die Polizei jetzt, aber dir nichts Besseres zu tun. So, aber da vorne sind wir jetzt. Ja. Wisst ihr was? Da habt ihr das Auto mitten auf der Kreuzung. Lass ich euch jetzt da, weil ich habe es einfach die Schnauze voll. ständig genau vor die Nase reinfahren. Dann machen wir das halt zu Fuß. Da ist der Punkt. Da muss ich rauf. Genau. Scheiße. Warum habe ich den zuerst nicht gesehen? Oh. Gut. Weiter geht's. Ho ho. Ho ho. Ho ho. Oh. F***ing A. Feels good, doesn't it? Feels like I've finally done something with my life. Actually done something. A movie. Welcome to show business. Nothing but make-believe will ever feel quite real again. Ha ha ha. Alright, Michael, come on. Let me show you some rushes. I think you're gonna love it, but it'd be great to hear your notes. Hey, baby. I just wanted to tell you. I'm finally doing something with my life. I'm making a movie. A real one. Call me. Ui, stolz geschwellte Brust. Unser Michael. So. Steht da in Michael sein Auto rum? Ja, da steht sein Auto rum. Was steht denn jetzt überhaupt am Plan als nächstes? Kann man nicht da mal was mit dem Franklin auch machen? Schauen wir mal. Michael 2, Franklin 2. Der blinkt auch schon. Den schnappen wir uns doch glatt einmal. Ah ja, der folgt dem Architekten. Don't fuck it up. Genau. Richtig, richtig, richtig. Das war ja schon, das gehört ja schon zum... Ah nein, das ist dieses FRB-Geschicht. Hey, stupid! You can't be on here without a hat. Haha. Gut. Dankeschön. Da ist der Typ. Ich muss da mal schauen. Ich denke mal, das könnte da wieder heftiger werden. So, da ist er. Lass uns ein bisschen ausstatten. Feuerpower, falls wir die brauchen. Schutzweste haben wir eh keine an. Anything we need to be worried about? The only thing we're worried about is you're changing the plans again. There's always scope for improvement. Always is. Those idiots drill the new caissons on the west side. You're kidding me. The bedrock ends there. We need caissons on the east side. Ah, no drama. It's a government contract. We'll be paid until completion. I ain't taking a fall for this screw up. It's a government contract. No one's taking a fall. Except the government. Was haben wir da für Straßenbahn stehen? Es schaut wieder aus wie der Ulf. Scheiße, ist der jetzt in den Lift eingestiegen? Okay, dann fahren wir halt nach mit dem Lift. Der Typ hat jetzt die Pläne vom FIP-Gebäude und die braucht der Leicester, dass wir da reinkommen. Deswegen holen wir uns die jetzt. Idealer Job für den Franklin. Oh nein, das ist die große RT. Studiere ihn und studiere ihn hart. Ich werde meinen Arsch auf ihn schämen. Das sind die Ingenieure-Planche. Meinen, du tritt wie ein religiöser Text. Erinnerst du? Ja, das ist es. Okay. Irgendwie erinnert mich das jetzt gerade an so eine AC-4-Verfolgungsmission. Nur, dass sich der Typ halt nicht so oft umdreht und dass ich nicht in irgendwelche Heuhaufen reinhupfen muss. Aber sonst sehr ähnlich. Nee. 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 Was sehenste? Es ist in den Plänen. Soll ich mir die Pläne schon schnappen? Oder? War ich das falsch verstanden oder richtig? Was hab ich denn da? Wieso hat der eigentlich nur so Schalldämpfer da drauf? Ja, Schalldämpfer hier da drauf. Ah, wie sieht er? Um sie zu bedrohen. Obviamente. Hey, stopp! Man, rannt von mir ist eine schlechte Idee. Aber ich erledige den, weil der wird sicherlich Alarm machen. So, Gleise. So, und jetzt versuche ich da unerkannt die Baustelle zu verlassen. Nein, nein, weil das mit am Leben lassen, da bin ich glaube ich schon einmal eingefahren. Und jetzt müssen wir da wieder irgendwie runter. Da wieder an den Typen vorbei. Mahlzeit! Auf zum Lift. Uiuiuiui. Abhorn, abhorn, abhorn. Ja. Ah, jetzt. Noch einer, nein. Komisch. Ja. Boah. Ja.